Wow, absolut sensationell, so einfach und so am Punkt. Es funktioniert wirklich. Jetzt habe ich wieder einmal selber erlebt, wie genial diese natürlichen Mechanismen funktionieren. Oft redet man ja so ganz locker daher, wie man es machen könnte und das ist die Lösung und so geht es, mach es doch einfach so. Allerdings in der Praxis, im wirklichen Leben, machen diese Dinge erst richtig Spaß. Das bedeutet, wenn eine grosse Herausforderung ansteht, wenn ein grosses Problem ansteht, wie können wir damit umgehen? Und das haben wir jetzt am eigenen Leib wieder einmal erleben und spüren dürfen. Und es ist genial, es ist sensationell, wie einfach das geht. Und du kannst bei allen Herausforderungen, wo du jetzt nicht weißt, wie es gehen könnte, kannst du genau diesen Mechanismus einsetzen. Und ich bin ganz sicher, es funktioniert bei jedem. Eine sehr grosse Herausforderung ist auf mich zugekommen und ich wusste nicht, wie soll ich das jetzt bewerkstelligen, wie soll ich das jetzt machen. Und ich habe lange darüber nachgedacht. Ich habe gebrütet und habe alles hergenommen, wo mein Kopf einfach eine Idee hätte. Ein Stück weit bin ich gekommen, aber nicht sehr weit. Und dann habe ich gesagt, ich weiß nicht wie, aber ich weiß, dass es geht. Und somit habe ich meinen Kopf komplett entlastet. Ich habe ihn losgelassen. Ich habe dieses Denken losgelassen. Und bin einfach mit dieser Leere einfach einmal so ein bisschen schwanger gegangen. Keine Ahnung wie, ich weiß allerdings, dass es geht. Und eines Morgens bin ich aufgewacht und dann war die Idee da. Dann war die Lösung da. Woher ist die gekommen? Von unserer wahren Intelligenz vielleicht. Unser Kopf hat einen Teil unserer Intelligenz. Aber unsere wahre Intelligenz spielt dann eine Rolle, wenn wir uns frei machen. Wenn wir uns leer machen. Wenn das Glas eben nicht randvoll ist. Wenn es leer ist. Wenn ich meine Gedanken einfach ruhig schalte. Und diese Antwort, wow, absolut sensationell. So einfach und so am Punkt. Es funktioniert wirklich. Das heißt, dem Kopf einfach sagen, du weißt es nicht. Kein Problem. Den Kopf oder dieses Denken loslassen. Und dann mit dieser Leere einfach zu sein. Diese Leere auch auszuhalten. Und auf einmal ist sie da. Entweder dir sagt jemand was. Oder du liest irgendwas. Oder du hast auf einmal diesen Einfall. Auf einmal ist die Idee da. Versuch das einmal. Wenn du vor großen Herausforderungen stehst. Mach dir nicht allzu viele Gedanken über das Wie. Sondern werde dir bewusst, dass es geht. Und lass los. Und jetzt lassen wir auch los. Schön, dass du bei diesen Videos dabei bist. Ich freue mich auf das nächste Video. Fiat dir derweil. Servus. Mach's gut.